Hallo Leute, hier ist wieder der Tino von All4Shooters. Und wie ihr vielleicht schon im Hintergrund hört, ich bin heute auf der Schießanlage in Philipsburg zur Deutschen Meisterschaft Steel Challenge und Speedsteel. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf die sechs Übungen, die der Steel Challenge zu bieten hat. 3 ... Are you ready? Stand by! 3 ... Ready? Stand by! 3 ... Are you ready? Standby! Are you ready? Standby! Are you ready? Standby!